Hä? Das ist nicht normal, dieser Typ. Zieht's da irgendwie bei dir unter der Mütze oder was? Da ist mir auch egal, ob ich dafür dann Ärger bekomme. Wach endlich mal auf. So, dann gehen wir mal rein in die Reactions. Die Woke Bubble toppt sich nochmal in der Dummheit selber. Jo, Freunde der absoluten Dummheit. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich ein Video zur Woke Bubble gemacht habe, denke ich mir das hier. Patrick? Ja, Spongebob? Viel größer kann die Blase gar nicht mehr werden. Ach, Quatsch. Mach das nicht! Ich habe ja letzte Woche ein Video zu Kurtzschuh hochgeladen. Der Streamer YoungFeldSalat hat sich natürlich nicht lumpen lassen und eine Reaction darauf gemacht. YoungFeldSalat, Digga? Holy Shit. Who the f*** ist YoungFeldSalat, Digga? Hat der eine Edeka-Cab auf oder was, Digga? Digga, was ist denn da los, Alter? Hä? Also, Edeka ist natürlich super. Gönner die auf die Eins. Und der ist, was die Dummheit angeht, definitiv auf Platz 1 gerutscht. Also langsam bin ich mir wirklich sicher, dass ich irgendwie so im Dragonball-Universum bin. Aber die Gegner werden nicht immer stärker, sondern immer dümmer. Um euch direkt die erste Doppelmoral zu zeigen, gucken wir uns einfach mal an, was er über Hate erzählt. Bei mir sagt er nämlich das hier. Obwohl das komplett dämlich ist, sowas zu schreiben, da müssen wir nicht drüber reden. Dafür bekommen Männer aber häufiger Schläge oder einen Mord angedroht. Zumindest ist das bei mir immer so. Es hat anekdotische Evidenz. Ähm... Oh Gott, er... Oh Gott. Oh Gott, er hat... Er sagt einen Satz, ich kann ihn genau einordnen, wo er hingehört, Digga. Ich weiß ganz genau, was das für einer ist. Sofort. Ja gut, das ist nur anekdotische Evidenz, also dass man aus seinen eigenen Erfahrungen spricht. Und das ist natürlich kein gutes Argument, ist ja auch klar. Was macht er aber eine Minute vorher? Also mittlerweile sind es ein paar mehr. Ich glaube, ich habe jetzt vier. Vier Hate-Nachrichten bekommen. Äh, du bist ja komplett lost. Oder, äh, wie kann man so dumm sein? Schämst du dich nicht? So Sachen kriege ich. Das ist, das ist der Hate, den ich kriege. Für die Statements, die ich mache, Digga. Guck dir mal... Frag doch mal, ähm, äh, Streamerinnen. Wie es bei denen so ein Postfach aussieht, Digga. Exakt das Gleiche. Ja, also mein... Digga, was ist das für ein NPC? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Hate ist ja nicht so schlimm, also Frauen kriegen ja viel, viel schlimmere Sachen ab. Bro, du sprichst doch auch... Egal ob männlich oder weiblich, Hate-Nachrichten im Posteingang oder Morddrohungen oder Gewaltandrohungen. Egal ob bei männlich, weiblichen oder diversen anderen Streamern. In, 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 in. Ist alles Quatsch. Da differenziert man doch nicht beim Geschlecht. Auch gerade aus deiner eigenen Erfahrung. Und der Grund, warum du kein Hate bekommst, ist, weil dich keiner kennt. Who the fuck is Ziegenbeer-Salat da? Mit der Edeka-Cab auf den Dütz. Noch nie gehört. Who the fuck is Edeka-Boy, Alter? Digga! Das ist natürlich anekdotische Evidenz, dann plötzlich wieder richtig cool. Das zweite Thema ist allerdings auch sehr interessant. Da geht es nämlich ums Canceln. Und zu mir sagt er das hier. Und vor allem ist es danach jetzt auch wieder gut, ne? Und das hier, das hier ist übrigens nicht gecancelt gewesen, dass es hier runtergegangen ist. Hier sieht man ja auch, dass es runterging. Das war einfach nur, weil der Content nicht mehr geklickt wurde von ihm, ne? Ist er plötzlich wieder bei Average irgendwo so eingependelt, ne? 1600 oder so. Zwischendurch war er bei 3700 Average. Digga, das ist nicht gecancelt, Digga. Das ist nicht gecancelt. Okay, fassen wir kurz zusammen. Was hat denn das damit zu tun? Auch ein gecancelter Streamer kann viele Views haben, wenn das Thema gerade sehr interessant ist. Und die Meinung dazu relevant ist. Was ist das für ein Quatsch? Obwohl ich nach meinem Skandal ungefähr so 70% meiner Twitch-Zuschauer verloren habe, war das natürlich kein Canceln, weil zwei Jahre später sind die Zahlen natürlich wieder gestiegen. Ach nee, warte. Der Grund war auch gar nicht mein Skandal damals, sondern einfach die Tatsache, dass mein Content halt nicht geklickt worden ist. Gut, jetzt gucken wir mal, was er zu Shoyoka sagt. Wenn man hier jetzt zum Beispiel mal guckt, da sieht man zum Beispiel, da war so ein Aufwärtstrend da und dann war hier auch ein Peak, ne? Und dann sieht man hier, dass der Trend immer weiter nach unten geht. Und man sieht auch immer noch die Follows, das sind die Follows bloß pro Stream, die blauen, ne? Das sind die Streams die letzten Tage. So immer noch Minus-Follows, Digga. Immer noch so viele Minus-Follows, Digga. Das ist canceln. Das ist canceln, Digga. In welcher Welt lebt der Edeka-Beutigy? Was ist das für eine NPC-Logik, die er da den Tag legt? Also die Edeka-Cap hat er sich nicht verdient, in der er gute Zahlen analysiert hat, in der Buchhaltung bei Edeka. Und das passiert halt, du musst dir immer überlegen, es ist ein Canceln. Leute entfolgen ihr, ne? Und hier siehst du, hier ist kein Minus. Hier ist kein Minus. Ah, okay, weil Shuyoka also seit knapp zweieinhalb Jahren immer mehr durchschnittliche Zuschauer verliert, weil ab hier sinkt das Ganze und hier habe ich mein erstes Video gemacht, wird sie natürlich offensichtlich gerade gecancelt. Dazu kommt natürlich auch noch die Tatsache, dass sie gerade Follower verliert, was natürlich ein Mega-Zeichen dafür ist, dass man gerade voll gecancelt wird. Und ich will dir jetzt nicht deine Ehre nehmen, aber Bro, ich habe in der Zeit auf Twitch über 20.000 Follower verloren. Und auf YouTube auch nochmal so 180.000. Inwiefern wird sie gerade gecancelt, ich aber nicht? Jeder Punkt, warum sie gerade gecancelt wird, ist bei mir fünfmal schlimmer. Aber bei ihr ist es gecancelt werden und bei mir ist es gar nichts. Erklär mir das mal, da bin ich wirklich gespannt. Die, das macht wirklich gar keinen Sinn von dem Typen, oder? Also es macht wirklich gar keinen Sinn. Dazu hat Shuyoka ja auch immer noch Partner und Placements. Das hatte darauf gar keine Auswirkung, bei mir allerdings schon. Oder ist es nur so lange canceln, bis es wieder hochgeht? Und sobald es hochgeht, existiert das auch einfach gar nicht mehr. Also auf die Erklärung bin ich wirklich gespannt. Jetzt wird es aber richtig ekelhaft. Und zwar vergleicht er das, was Luke passiert ist, mit dem, was Shuyoka passiert. Wo Luke, macht Luke Mockridge keine Auftritte mehr? Macht er keine Formate mehr? Verdient er kein Geld mehr damit? Verdient er weniger Geld damit? Oder hat er eine fette Tour ausverkauft? Also ich weiß nicht, wie er canceln definiert, aber Shuyoka kann auf keine Events mehr gehen. Sie kann keine Events mehr moderieren, aus Sicherheitsgründen. Ich frage mich immer, auf welchem Fleckchen Erde diese Menschen in Deutschland leben, weil die so fernab von der Realität leben, Digga. Holy shit. Was ist das denn für ein gequälter Dünnschiss, den er da labert? Aus Sicherheitsgründen. Oh Gott. Shuyoka verliert auf Twitch, das ist ihre Haupteinnahmequelle, ständig Follower und Zuwachs. Ich gucke gerade bei ihm im Chat. Ich verstehe nicht, wie man das damit vergleichen kann, Digga. Junge, er will hier uns gerade wirklich erklären, dass Luke ja gar nicht so krass gecancelt worden ist wie Shuyoka. Obwohl er einige Monate in der geschlossenen Psychiatrie war, weil er Selbstmordgedanken hatte und sagt, naja, aber Shuyoka verliert ja die ganze Zeit Follower. Digga. Und okay, natürlich noch die Tatsache, dass sie ja gerade leider nicht auf Events gehen kann. Sie kann sogar so krass nicht auf Events gehen, dass sie erst vor ein paar Monaten bei der TINCON gewesen ist, auf der Bühne, wo nichts passiert ist. Es hat nicht mal irgendwer was reingerufen oder so. Ja, Shuyoka wird gerade ein bisschen gehatet, weil sie sau viele L-Takes gebracht hat. Aber dieses, oh, ich kann nicht auf Events gehen, ist einfach nur sich in die Opferrolle stellen. Es würde zu 100% nichts passieren, wenn... Das ist ja immer das, was ich schon ganz oft gesagt habe und wo ich auch immer noch hinterstehe, lieber Blum, Kohl, Salatkopf, Shuyoka, Fanboy, slide in ihre DMs, die ist gerade Single. Nur weil wir mit unserer Community sagen, cancelt die, heißt das nicht, dass unsere Community blindlings die cancelt. Unsere Community ist auch erwachsen geworden. Unsere Community weiß auch, was richtig und was falsch ist. Natürlich gibt es immer ein paar Mitläufer und ein paar Blindköpfe, wie in euren Communities auch. Aber nur weil wir sagen, cancelt die, wird eine Person nicht gecancelt. Diese Person muss auch wirklich etwas machen, wofür man sie cancelt. Und das, was Shuyoka gemacht hat oder ein Freiraumreh oder auch du gerade, sind Punkte, für die man jemanden canceln kann. Also vielleicht einfach mal an die eigene Nasenspitze fassen, anstatt immer mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Wenn sie das tun würde, selbst als ich meinen krassen Skandal hatte, bin ich danach in Clubs gegangen, war feiern und sonst draußen unterwegs und wurde auch nicht einmal angemacht. Und ich glaube, es gibt mehr Leute, die mir gerne in die Fresse hauen würden, als Shuyoka. Vor allem würde sie ja sogar auf einer Bühne stehen. Was ja sowieso gesichert wird von Securities, von dieser Veranstaltung. Wenn sie sich nicht traut, da hinzugehen, dann hat das nichts mit Realität zu tun, sondern einfach nur einer übertriebenen Angst, wahrscheinlich, weil sie nicht mit Kritik umgehen kann oder sich gerne in die Opferrolle stellt. Luke Mockridge wurde wirklich gecancelt. Ihm ging es wirklich psychisch so schlecht, dass er sich das Leben nehmen wollte. Du hast recht, Shuyoka geht es viel, viel schlechter. Und nochmal hierzu. Wo macht Luke Mockridge keine Auftritte mehr? Macht er keine Formate mehr? Verdient er kein Geld mehr damit? Verdient er weniger Geld damit? Hm, nee, also um genau zu sein, als er in der Psychiatrie gewesen ist, konnte er keine Auftritte machen, er konnte nicht arbeiten und er konnte kein Geld verdienen. Also laut deiner Aussage ist das doch Canceln. Oder zählt das nur bei Shuyoka, wenn sie sich nicht traut, irgendwo hinzugehen? Und nur so nebenbei, Shuyoka wird doch gar nicht gecancelt, weil sie kann ja immer noch arbeiten. Sie hat immer noch Placements, sie hat immer noch viele Zuschauer auf Twitch. Also eigentlich ja genau das, was für euch kein Canceln ist. Eigentlich wird Shuyoka gar nicht gecancelt. Bei Skoros ist es doch das Gleiche oder sehe ich das irgendwie falsch? Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Dass es bei Shuyoka halt ein absoluter Sonderfall ist. Also das war halt nicht nur einfach mal ein Video über Shuyoka und sie ist auch eine Frau und sie sitzt auch mal bei Kuchens Videos dabei. Und deswegen füttert das auch auf alle Frauen, also allgemein, ja guck mal, was ich eine Frauenquote habe, darum geht es nicht. Es geht speziell in dem Fall Shuyoka und nur weil es sich speziell um Shuyoka handelt, kann es trotzdem eine antifeministische Kampagne sein. Ticker, was ich nicht ausfahre. Labert der Typ für die gequälte Grütze? Es ist ja unerträglich. Wo kommen die alle her aus welchen Löchern? Kommen die gekrochen, Dicker? Das schließt sich nicht aus. Ach so, okay. Es ging Kucho gar nicht allgemein um Frauen, sondern um Shuyoka. Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden, weil so wie ich das im Kopf hatte, hat er das hier gesagt. Nee, nicht weil es leicht auszugramentieren ist, sondern weil er sowieso schon angefangen hat damit. Weil es Content ist, weil die Leute ihn dafür jetzt gerade kennen und weil sie die Videos feiern. Die feiern das, wenn man auf eine Frau einschlägt. Ja, based. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Kylo? Du spinnst. Ab! ...bringt und Kuchen die auseinander nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Ja. Nee, richtig. Aber die Videos mit Frauen werden trotzdem sehr viel mehr geklickt. Er redet doch allgemein von Frauen. Oder ist Shuyokas Spitzname Frauen? Dann klär mich bitte auf. Lustig ist auch, weil jetzt gerade vermehrt Videos kommen, wo Shuyoka Thema ist, ist das natürlich eine Hasskampagne und absolut mysogyn. Warum habt ihr euch dann vor zwei Jahren nicht beschwert, als ich gefühlt alle zwei Wochen ein Video über ABK gemacht habe? Ich meine, das war ja quasi auch eine Hasskampagne gegen Ausländer oder gegen Männer, wie auch immer man das nennen möchte. Das war komischerweise in Ordnung. Aber kaum trifft es eine Frau, geht es zu weit. Ob er jetzt seiner... ...und seinem Frau... Aber ich muss dazu auch noch mal eine Sache sagen. Ich nenne euch einfach mal ein doofes Beispiel, okay? Shuyoka, und ich glaube, da sprechen wir alle eine Sprache. Shuyoka hat so viele, unzählige L-Takes gebracht. So viele, unzählige, schlechte und wirklich unter der Gürtellinie Aussagen. Sie hat Transpersonen, deren Meinung abgesprochen und war der Meinung, sie wüsste alles besser. Sie hat so viele L-Takes gebracht. Hätte ich diese Takes gebracht, hätte ich den Shitstorm meiner Vergeltung gehabt. Bei Shuyoka ist aber nichts passiert. Und die größte Clownsnase, und da ist mir auch egal, ob ich dafür dann Ärger bekomme, die größten Clownsnasen haben die Partner von ihr. Beispielsweise ein Elgato. Hinter Elgato steht Couser, richtig? Couser hat mir damals die Partnerschaft gekündigt, weil ich an dem Weltfrauentag ein Bild gepostet habe mit einem Zuhälter auf lustig, wo stand 50% auf alles. Dann haben die Flitzpiepen mir deswegen die Partnerschaft gekündigt, weil sie Angst hatten, gekänzelt zu werden. Aber wenn eine Shuyoka ein L-Take nach dem anderen bringt, bleibt die Partnerschaft natürlich aufrechterhalten. Warum? Weil eine Firma wie Couser oder Elgato Angst hat, gekänzelt zu werden von der linken Bubble. So schlimm ist das mittlerweile geworden. Geheuchelte Scheiße. Und seinen mutmaßlichen Frauenhass irgendwie freien Lauf lässt. Das kann ich jetzt subjektiv sagen, aber ich kann es ja nicht wissen. Ich kann nicht wissen, was er wirklich denkt. Also es ist ihm mal auf jeden Fall egal, dass Frauen unter die Räder kommen. Also so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, klar. Und dass die Leute deutlich besser... Und dass das was mit Misogynie zu tun hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ...besser unterhält. Ja doch. Ja, das... Doch, doch, doch. Doch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, macht das Sinn. Weil mir das Geschlecht einer Person egal ist und ich nur darauf achte, was sie sagt, ist das natürlich ziemlich misogyn. Weil wenn ich für Gleichberechtigung wäre, dann würde ich ja logischerweise keine Videos über Frauen machen, sondern nur über Männer. Seine Widersprüche gehen natürlich auch weiter. Er sagt nämlich noch das hier. Wir haben einfach Bock, richtig loste Leute wie dich in meinem Video zu sehen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, rein davon, ich glaube, rein davon, ob sich die Leute angucken, wenn jemand von KuchenTV attackiert wird, ich glaube, das macht keinen Unterschied, ne? Oder nicht so einen großen wahrscheinlich, ne? Das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob KuchenTV explizit jemanden attackiert, der eine Frau ist oder explizit jemanden attackiert, der ein Mann ist. Okay, es macht also keine... Hä, eben gerade hat er doch noch das Gegenteil gesagt, Digga. Hört er sich selber zu beim Reden, oder was? Hat er zu doll am Farbeimer geschnüffelt? Sind er diese Napsen aus dem Herren weggeschnüffelt, oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe gerade, ich habe Alzheimer. ...unterschied, ob ich ein Video gegen einen Mann oder gegen eine Frau mache. Eine Minute später sagt er dann aber plötzlich das hier. Also es klickt sich insgesamt, klicken sich Videos, wo Frauen zerstört werden wahrscheinlich besser, weil sonst hätte man ja nicht 100.000 Shuyoka-Videos gemacht und hätte im KuchenTV, KuchenTV hat ja auch im Podcast gesagt, ja natürlich mache ich das wegen der Klicks, wegen Shuyoka. Ne? Er würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ich mache die Videos ja nicht über sie, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie so eine schlechte Person ist. Ne? Ja, trotzdem, trotzdem macht man das, wegen banalen Dingen oder wegen Nichtigkeiten macht man Videos über sie. Ja, genau, wegen Nichtigkeiten. Mr. Blumenkohl-Edeka-Kopf. Wegen Nichtigkeiten. Um ihr weiterhin zu schaden, jetzt macht es doch wieder plötzlich einen... Der Typ ist so verloren, Digga. Unterschied und das Ganze sieht man ja an den Videos zur Shuyoka. Und lustigerweise hat er mir ja auch genau das Gegenargument gebracht, was ich jetzt bringen würde. Das ist so verloren. Das Geschlecht spielt ja keine Rolle. Und selbst wenn ich Videos über Nichtigkeiten mache, hat das ja immer noch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es macht einfach gar keinen Sinn, was er labert. Aber danke, dass du mir meine Arbeit abnimmst. Später versucht er dann aber auch wieder das Gegenteil zu beweisen. Oh Gott, ich blicke hier nicht durch, Digga. Also das ist so viel, verloren von dem, ne? Der Typ ist wirklich eine verlorene Seele da in dem Ausschnitt. Oder in den Ausschnitten. Naja, es bewegt sich alles in einem ähnlichen Rahmen, ne? Ja, hier zum Beispiel der Shuyoka-Distrike 490.000. 130.000. Geht's nochmal um Shuyoka. Dann geht's hier nicht um Shuyoka, sonst sind's weniger. Da geht's auch wieder um Skandal. Es ist schwer zu sagen. Also ich kann's jetzt nicht, ich kann's jetzt nicht auf den ersten Blick ablesen. Oh, das hat dann auch nicht geklappt. Da musste er wohl am Ende doch zugeben, dass es gar keinen Unterschied macht. Lustig ist aber auch, dass er einen Diss-Track, der ja normalerweise auch öfter gehört von Leuten, mit einem Reupload von einem Video von vor drei Jahren vergleicht. Ich kann mir gar nicht erklären, warum der Reupload weniger Klicks bekommen hat. Bei der Shuyoka-Sache ist es ja obvious, ne? Ich bin einfach nachweislich gelogen. Oh Gott. Gucken wir uns einfach mal meine 16... Nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie Feministin ist. Weil sie allgemein für Wauke-Sachen steht. Ach, Diggi. Wie kann man denn der noch Rücken geben, Bro? Ich will dich auch nicht beleidigen und auch, ich untersage jeden, ihn zu beleidigen. Aber das, was wir hier sehen, ist echt Quatsch. Natürlich. Genau. Wir gehen nur auf Shuyoka drauf, weil sie halt für Wokeness steht. Und für diese ganzen Werte, die wir komplett hassen. Dann habe ich aber eine Frage an dich. Jasmin Gnu bringt auch sehr viele Videos, die zur Wokeness passen. Also die bespricht auch oft solche Themen. Warum wird denn die dann nicht gehatet und angegriffen? Liegt es vielleicht daran, dass sie ziemlich Baster-Aussagen bringt und nicht die ganze Zeit irgendwelche L-Takes? Ich meine, sie hat sogar diesen Web-Video-Video-Days-Award da gewonnen und alle haben das gefeiert. Keiner hat sie kritisiert, weil sie eine Frau ist oder so. Aber warum steht denn Shuyoka jetzt nochmal eigentlich für Frauen? Wieso steht Shuyoka immer für Frauen? Wieso kann sie nicht für sich selbst stehen? Weil. Der Hund ist so liebebedürftig, ist nicht normal. Bleib hier. Alles gut, Papa, hatte ich. Ihr Leute in den Hate-Kommentaren, und nicht du jetzt explizit, aber weil ihr Leute, die halt irgendwie Skrulls und Kuchen und so weiter guckt, also viele von euch, halt einfach diese Frau mit sexistischen Frauen-Hate-Kommentaren fertig machen. Wow, das sind wirklich harte Anschuldigungen. Naja gut, ich bin einfach mal in die Kommentare gegangen vom neuesten Video, wo es um Shuyoka ging und da finde ich komischerweise gar nicht solche Kommentare. So, als ob das einfach gar nicht stimmt. Aber ja, ein paar Idioten, die solche Kommentare bringen, wird es geben. Kann man halt auch gar nicht vermeiden bei so einer großen Reichweite. Aber warum steht sie deswegen für Frauen? Wenn jetzt jemand mein Kind beleidigt, dann steht ja auch Noah nicht für alle Kinder dieser Welt oder ich für alle Väter, deren Kinder beleidigt werden. Das ist halt immer so ein Totschlagargument von so einem ethischer Verkäufer. Die Community von Skurrus oder Orange, Morange oder Onkel Monte oder Kuchen, die beleidigen alle nur. In jeder Community, auch in deiner oder in Shuyokas Community, hast du immer ein paar Leute, die beleidigen, die Kommentare schreiben. Davon distanziert man sich und will auch nichts zu tun haben. Und je größer man ist, desto mehr hast du von diesen Leuten. Aber es geht hier nicht darum, eine Shuyoka zu diskriminieren, weil sie eine Frau ist. Es geht einfach darum, eine Shuyoka oder eine Freiraumrehe oder wie sie alle heißen, darauf hinzuweisen, dass deren Aussagen aus unserer Wahrnehmung falsch sind und dass die Aussagen L-Take sind und dass man das so nicht in der Öffentlichkeit stehen lassen kann. Man kritisiert diese Person ohne Beleidigung, ohne irgendwie ausfallen zu werden oder Sonstiges und das Gleiche verlangt man natürlich auch von seiner Community. Also das ist immer so ein Totschlagargument. In eurer Community gibt es immer nur Leute, die beleidigen. Von 300 Nachrichten, die du aus meiner Community bekommst, sind vielleicht 5 Nachrichten beleidigen. Ja, tut mir leid für dich. So ist das halt. Kann ich nichts gegen machen. Nur weil es immer ein paar Flitzpiepen gibt, heißt das nicht, dass ich nicht irgendwie auf Videos reagieren darf oder kritische Themen meine Meinung zu geben darf. Shuyoka selber keinen Content mehr dazu macht. Das heißt, er kann sie selber, ihren Content selber nicht benutzen. Und die einzige Möglichkeit, Shuyoka zum Thema zu machen, ist diese Hintertür über Leute, die auf Dinge reagieren, die mit Shuyoka zu tun haben oder zur selben Bubble gezählt werden wie Shuyoka. Und dann, es ist ein Video, das eigentlich über Kirchow gehen sollte und es geht wieder nur um Shuyoka, Digga. Und das ist genau das Ding. Er macht zwar ein Video über Kirchow, aber er macht eigentlich ein Video über Shuyoka. Wisst ihr, was lustig daran ist? Sie wissen es eigentlich, aber machen immer weiter und schenken mir Content, wo ich über Shuyoka reden kann. Ja, ich muss Shuyoka immer wieder zum Thema machen, wie auch in diesem Video hier seit ungefähr neun Minuten, weil ihr die ganze Zeit diesen Beef auf dem Rücken von Shuyoka austragt und immer wieder dumme Sachen dazu sagt. Wenn ihr euch bewusst seid, dass ich daraus Content mache, warum seid ihr da nicht selber mal so korrekt zu Shuyoka und reagiert entweder gar nicht auf diese Videos und lasst das Thema einfach sterben oder redet nicht zu viel über Shuyoka. In dieser Reaction von Young Felt Salat wurde halt ungelogen zwei Stunden und nur über Shuyoka geredet. Dann labert der ein Misthack nach dem anderen, ich mache ein Video dazu und dann heißt es, ja, war klar, dass er wieder über Shuyoka reden muss. Ich meine, wie viele Videos wären nicht gekommen, wenn andere nicht über Shuyoka geredet hätten? Plötzlich kommt Kirchow, mein MMO, Dara, Young Felt Salat, dann haut mein MMO noch ein Artikel raus und wahrscheinlich ist Freiraumred der dann auch noch zur Antonio Stiftung gelaufen hat, gesagt, Jo, berichtet bei KurenTV, der ist voll doof. Und gegen Lügen und dumme Aussagen, vor allem gegen mich, wehre ich mich nun mal. Also es wäre jetzt ja wirklich nicht schwer, dieses Thema aussterben zu lassen. Von euch, wie gesagt, ich nehme die Klicks gerne mit, wäre ja dumm, wenn ich das nicht mache, also ganz ehrlich. Da hätte man da im Vorfeld klarer kommuniziert, wäre besser gewesen und so, aber egal, was sie gemacht hätte, das wäre trotzdem passiert. Die hätte es nicht abwenden können. Egal, was sie gesagt hat, die hätte es nicht abwenden können. Das ist so dumm. Und es gab für Shoyoke einfach gar keine Möglichkeit, da rauszukommen. Ich meine, stellen wir uns einfach mal vor, nach meinem Video zur God's Legacy-Thematik, hätte sie nicht auf dieses uralte Video von Christian Solmecke reagiert oder hätte danach nicht in X-Dreams irgendwie Scheiße über mich gelabert oder hätte danach sogar das Gesprächsangebot von mir angenommen. Das Thema wäre beendet gewesen. Ich hätte acht Videos oder so gegen sie gar nicht gemacht und daraus hätte natürlich auch resultiert, dass diese ganzen neuen Beiträge von Kircho, Dara, von MeinMMO und Co. nie gekommen wären. Aber ja stimmt, Shoyoke hätte wirklich gar nichts machen können. Das wäre auf jeden Fall immer so gelaufen. Weil er so verzweifelt zwischendrin, was seine Existenz als Creator angeht, dass er ja auch auf TikTok diesen Kram da gemacht hat, diese Live-Sachen, wo er irgendwie seinen Kopf gegen den Kühlschrank schlägt oder so und sich irgendwie selber demütigt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt. Und seit halt das Shoyoke-Thema ist, muss er das halt nicht mehr machen. Ja, genau. Ich mache diese TikTok-Livestreams nicht mehr, weil ich plötzlich Videos über Shoyoke gemacht habe. Macht Sinn, denn ungefähr hier war der letzte TikTok-Livestream und hier kam das erste Video zu Shoyoke. Ja, das macht zeitlich schon mal Sinn. Lustigerweise ist mein Kanal sogar noch bis in den Mai weiter gesunken. Erst als Montau auf mich reagiert hat, bin ich nach oben gekommen. Also wieder eine sehr kluge Schlussfolgerung. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Woke-Bubble gehört. Was für ein dummes Argument. Also will er sagen, ach Digga, das macht gar keinen Sinn. Also er will sagen, wenn man sagt, Gewalt gegen Menschen macht keinen Sinn, dann diskriminiert man Transmenschen, weil man sie nicht nochmal explizit erwähnt. Wenn ich sage, Gewalt gegen Menschen ist nicht in Ordnung, meine ich, keine Transmenschen, weil das sind ja Transmenschen und keine Menschen. Oder, oder, äh. Gewalt gegen Transmenschen. Gewalt gegen Menschen. Ausfolgerung. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Ja und, ist doch scheißegal. Wer nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Woke-Bubble gehört. Das ist so, das ist so dumm. Deswegen will er das nicht aussprechen. Ja, ja, ja. Da gehe ich mit Kitschum mit, das vermute ich auch. Ja, natürlich gehst du damit. Ja, ja, klar, natürlich. Es ist einfach dieses, ähm, er hätte auch sagen können, ja, natürlich, ähm, soll, natürlich ist es ekelhaft, wenn Transmenschen attackiert werden. Das ist einfach wieder, das kann man einfach sagen. Aber in dem Moment müsste er ja die Existenz davon quasi akzeptieren. Was ich nicht sage, dass er es nicht tut, aber das wäre kommunikativ so. Diggi, was ist das für doofe Aussagen? Bro, Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch. Wenn ich sage, Gewalt gegen Menschen ist nicht tragbar, dann beziehe ich alle Menschen mit ein. Und muss ich nochmal explizit erwähnen, für eure ver... der Coolness, aber gegen Transmenschen auch. Ich muss, also das ist mal, es ist so, also es ist so quatschig. Und würde sich für diese Menschen in dem Moment auch einsetzen, dass man die nicht attackieren sollte. Und das würde für viele für Vogue irgendwie aufgefasst werden, was möchte er nicht. Und deswegen führt das einfach auf ein allgemeines Level. Ja genau, ich will ja nicht, dass noch jemand denkt, dass ich irgendwie für Transperson stehe oder sowas. Deswegen habe ich auch schon Videos auf meinem Hauptkanal gemacht, wo ich genau diese Leute verteidigt habe, weil ich nicht möchte, dass es einer mitbekommt. Ich weiß jetzt übrigens auch endlich, was Kirchow gemeint hat, denn er hat mir bei Twitter tatsächlich geantwortet. Es ging um diese Aussage von mir. Die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle stellen, was bedeutet denn antifeministisch eigentlich genau? Naja, auch dafür haben sie einige Beispiele auf ihrer Seite gezeigt. Unter anderem stehen da auch teilweise wichtige Dinge, wie zum Beispiel Gewalt gegen irgendwelche Personen, was überhaupt nicht geht und bestraft gehört. Also es ist natürlich halt schon strafbar. Macht aber auch keinen Sinn, mir da irgendwas reinzudrücken. Also erstmal, mein Cutter hat hier einen Fehler gemacht. Timo, wenn du das siehst, du, du, du. Denn eigentlich habe ich ihm gesagt, dass er alles markieren soll, wo es um irgendeinen Gewaltakt geht. Denn wenn man sich die Beispiele einfach mal so anguckt, dann werden da ziemlich viele Gruppen genannt. In den Beispielen steht Gewalt gegen die Gleichstellungsbeauftragte, gegen feministische Veranstaltungen und deren Organisatoren, Angriffe auf Frauen, queere Menschen und gegen Transpersonen. Das kann ja quasi jeder Mensch sein. Auch Männer können eine feministische Organisation gründen und damit machen und dann angegriffen werden deswegen. Aus diesem Grund habe ich allgemein von Gewalt gesprochen, weil ich diese ganzen Punkte gemeint habe. Ich meine, anstatt einfach nur zu gucken, was markiert ist, hätte man das ja auch mal selber kurz lesen können, dann wäre einem das wahrscheinlich auch selber aufgefallen. Und wie gesagt, habe ich mich ja schon in 100 Videos dafür ausgesprochen. Zum Beispiel auch in dem Video, was ich gegen Dara gemacht habe. Ich habe schon gesagt, jeder soll sich einfach so fühlen, wie er ist. Wenn jemand transsexuell ist, ist das doch einfach sein Recht. Boah, der sagt, die sollen akzeptiert werden und das ist komplett okay, wie die leben. Boah, nee, das ignorieren wir lieber. Mega geil ist aber... Ja, das ist immer so, da stehen sie natürlich in ihrer Bubble noch mal besonders toll da. Hier das verfaulte Salatkopf-Typ Edeka und wie sie da alle heißen, stehen natürlich immer noch mal besonders gut in ihrer Community da. Wenn sie sagen, ja, hier der Kuchen oder der Monte oder wie sie auch alle heißen dann, nee, nee, die setzen sich nicht für trans Menschen ein. Da fühlen sie sich immer noch mal bestärkt. Aber es wird nicht einen einzigen Clip geben, sowohl von mir als auch von Kuchen, wo man in irgendeiner Art und Weise was Negatives über trans Menschen sagt. Sogar das ist ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich bin einer der ersten Menschen im Internet, im deutschen Bereich, der sogar gesagt hat, pro trans Menschen, dass er die feiert. Mega geil ist aber auch dieser ekelhafte Versuch jetzt. Hey, gucken wir doch mal. Da hat er ein Statement gemacht, ne? Ein positives, sehr ehrlich gesagt, sehe ehrlich gesagt nicht das Problem darin, trans Frauen als Frauen und trans Männer als Männer anzuerkennen. Niemandem wird etwas weggenommen, aber es hilft Betroffenen, ne? Ich habe das eben gezeigte Statement bei Twitter gepostet und jetzt möchte er beweisen, dass meine Community ja mega gegen Wokeness ist, indem er vereinzelte Kommentare vorliest. Alter, wie soll das denn beim Sport oder in Schutzräumen aussehen, wenn man im Bio-Interricht nur Kreide holen war? Das sind die Kommentare, die er kriegt, Digga. Er wird dann komplett weggehebt dafür. Oh Gott, zwei Kommentare, Dann können Männer sich zu Frauen erklären und in Frauentutsräume eindringen. Da wird Frauen die Sicherheit genommen. So Sachen kriegt er dann. Sie sind es halt faktisch einfach nicht. Da, solche Dinger, Digga. Solche Dinger kriegst du. Und natürlich greifen die Leute dich dafür an, wenn du Vogue-Werte vertrittst. Weil die Leute... Ja, aber Bro, was erwartest du denn? Dass jeder in der Community immer Hand in Hand geht? Wenn du am Stream bist oder Shoyoko oder Freiraum-Re und so etwas sagt, werden sie mit Sicherheit, wenn sie nicht jeden einzelnen Kommentar rausfiltern würden, auch Contra bekommen. Also sorry, deswegen zu sagen, dass die Community anhand von 10, 20, selbst lass es 1000 Kommentare sein, zu behaupten, die Community wäre dagegen von Hunderttausenden Menschen, ist so ein armseliger Versuch, jemanden, äh, 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 ja, einen Bären aufzubinden. Das ist so... Sorry. Die du in deiner Community hast zu einem grisigen Teil halt einfach Anti-Vogue sind. Ja, das stimmt schon. Also die Antworten gehen wirklich gar nicht. Das ist ziemlich respektlos, was die schreiben. Naja, ich hab mir mal die Mühe gemacht und bin auf diese Profile gegangen und keiner von denen folgt mir. Die sind nicht in meiner Community, Bro. Wenn du dir den Post mal vernünftig angeguckt hättest, dann hättest du gesehen, dass der über 500.000 Impressionen hat. Also achtmal mehr, als ich überhaupt Follower. Ich weiß, das wird dein Weltbild zerstören, aber Leute können auch bei Twitter kommentieren, wenn sie dir nicht folgen. Ich weiß, das ist krass, oder? Boah, Kuhn, fickt ihn. Das Lustige ist, dass ja sonst immer von diesen Leuten so was kommt wie, ja, es gibt so rechte Gruppierungen auf Twitter, die greifen immer solche Sachen an. Aber wenn das bei mir passiert, dann heißt es, ja, nee, Mann, das ist voll die Community von KuchenTV. Und ich glaube ihm, dass er es viel cooler fänd, wenn er ein bisschen Brandsaver wäre und ein bisschen besseren Ruf hat, weil vielleicht wird man dann auch mal Placements und so weiter kriegen, ne? Und da Kuchen, würde ich sagen, doch schon ein bisschen opportunistisch veranlagt ist, glaube ich, wäre ihm das schon lieb, wenn er mal gute Placements und so bekommen würde. Ist halt schwer, wenn du halt den Ruf hast und diese politische Seite, auf der du stehst. Bruder, ich habe keine Placements, nicht, weil ich politisch mega rechts bin, was ja nicht mal stimmt, davon mal ganz abgesehen, zu 95 Prozent ist mein Content komplett unpolitisch. Es geht halt einfach nur um diesen Skandal, den ich hatte. Als ich 2021 reihenweise Videos über Feminismus gemacht habe, mit diesen ganzen Funk-Dokus und so weiter, habe ich auch so viele Placements gehabt. Mag sein, dass für dich Politik das Maß aller Dinge ist, für Firmen aber nicht. Recht sein ist für ihn übrigens auch schon das hier. Ja, wir müssen Flüchtlinge auf den Werfen, aber wir können nicht die ganze Welt bergen. Wir können nicht die ganze Welt bergen. Kannst du uns eins zu eins auf ein AfD-Plakat drucken eigentlich, ne? Ja, man könnte auch dein Gesicht auf Plakate drücken und würde Zuspruch bekommen. Diggi, was ist denn das? Hinter der Aussage von Kuchen, aber wir können nicht die ganze Welt beherbergen. Das ist genauso wie mit meiner Aussage, lieber Salatkopf. Auch mit meiner Aussage, dass schwerkriminelle Flüchtlinge ihr Anrecht, ein Leben in Deutschland, ein besseres Leben in Deutschland zu führen, verwehrt haben. und aus meiner Wahrnehmung dann auch keinen Mehrwert für uns in Deutschland haben und auch wieder zurück in ihre Heimat gebracht oder abgeschoben werden sollten. Das ist einfach meine Meinung. Das wird auch meine Meinung bleiben. Auch wenn diese Meinung gerne von rechten Kopierungen genommen wird, um Leute abzuwerben. Nur weil die diese Meinung benutzen, heißt es nicht, dass ich diese Meinung nicht vertreten darf. Nur weil das meine Meinung ist, heißt es nicht, dass ich irgendwie die NPD abfeiere. Ja, ganz im Gegenteil. Und das, was Kuchen da sagt, aber wir können nicht die ganze Welt beherbergen, ist einfach true shit. Und wenn du, lieber Salatkopf, der Meinung bist, dass wir die ganze Welt beherbergen sollten in Deutschland, dann schadest du damit deinem Land. Und das kann man sagen, ohne ein Nazi zu sein. Das kann man sagen, ohne NPD-Anhänger zu sein. Das kann man sagen, ohne in irgendeiner Art und Weise rechtes Gedankengut in seinem Kopf zu haben. Und ich will dir eine Sache sagen, lieber Salatkopf. Das, was Kuchen da schreibt und das, was ich gerade gesagt habe, ist der Großteil der Bevölkerung deren Meinung. Surprise, surprise, Motherfuckers. Die sind nicht alle rechts, ganz im Gegenteil. Und wenn du der Meinung bist, dass wir hier jeden Hayopi aufnehmen sollten, jeden Hans und Franz, und die hier alle schön das machen können, was sie wollen, schwer kriminell werden können und wir dafür sorgen, dass, ne, dann bist du mit der Meinung relativ alleine im Verhältnis zu der deutschen Bevölkerung. Ähm, genau. Und das Lustige ist, lieber Salatkopf, 99,999% der ausländischen Bürger, die nach Deutschland gekommen sind, aus was für einem Grund auch immer, sei es politische Flüchtlinge, sei es Kriegsflüchtlinge, sei es einfach nur Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive, keine Zukunft und keine Möglichkeit hatten, für ihre Familie zu sorgen. 99,999% dieser ausländischen Mitbürger, die mittlerweile ja keine Ausländer sind, sondern Deutsche, die in Deutschland ein neues Leben angefangen haben und sich und ihrer Familie etwas ermöglicht haben. 99,999% dieser Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Vorfahren werden genau dasselbe über Leute aus ihrer Bevölkerung oder ihrer Herkunft sagen, nämlich, dass wenn die hier herkommen und sich nicht benehmen, schwer kriminell werden und nicht ein neues Leben hier suchen, sondern nur das einfache Leben auf Vaterstaatstasche. 99,999% dieser Migrationshintergrund Menschen werden genau dasselbe wollen, nämlich, dass diese Leute zurückgeschickt werden, weil sie ihr Anrecht hier in Deutschland ein neues Leben anzufangen, verwehrt haben. Und das ist die bittere Realität oder die, das ist keine bittere Realität, das ist die Realität, Digga. Also wach, verf*** nochmal auf, setz mal deine Edeka-Cap ab, lass mal ein bisschen frische Luft an deinen Kopf und wach endlich mal auf, Digga. Wach endlich mal auf. Und dann noch diesen Privilegierungstake mit reinzubringen und dieser Privilegierungstake, sehr so ein linker Take, um es halt eben nochmal irgendwie legit wirken zu lassen. Ja, alles ist links, alles ist rechts. Das ist nicht normal, dieser Typ. Ja, Bro, es ist aber nun mal einfach so. Es tut mir leid, dass ich in der Realität lebe. Natürlich sollten wir so viele Menschen helfen wie möglich. Es ist doof, dass es den Leuten beispielsweise in vielen afrikanischen Staaten so schlecht geht, dass viele Menschen in Armut leben, in Kriegsgebieten. Natürlich müssen wir die so gut unterstützen, wie es geht. Aber man muss auch gucken, wie viele Kapazitäten man frei hat. Es ist nun mal einfach so. Ja, es wäre schön, wenn wir jedem Menschen helfen können. Das wäre super, wäre ich sofort dabei. Aber es geht nicht. Und alleine das zu sagen ist schon rechts oder was? Mann, ich bin so ein Nazi, Alter, wirklich. Lustigerweise habe ich auch mal ein Video für diese Seenotrettung gemacht, wo sich ja auch viele Leute drüber beschweren. Das Zosterone über Jahre ist halt schon ein bisschen gedoppt. Nee, ist es nicht, digga. Es gibt auch Cis-Frauen, die einen sauer unter Zosteronenspiegel haben. Und dann gibt es unter Cis-Frauen auch körperliche Unterschiede. Oder ist jede Cis-Frau gleich groß und gleich stark, digga. Das ist auch unfair. Wenn ich klein und schwach bin, dann werde ich beim Hochsprung unter den Frauen halt auch nicht gewinnen. Da habe ich auch andere körperliche Voraussetzungen. Macht einfach keinen Sinn, sportliche Wettkämpfe Geschlechter zu unterteilen. Hundertprozentig macht das Sinn. Du hast einfach überhaupt gar kein... Du laberst so ein Dünnschiss, digga. Es ist so... Oh, es macht mich so sauer. Und es tut mir so weh in der Seele, dass der das wirklich mit vollem Ernst redet, digga. Oh Gott, ist das armselig, digga. Du müsstest sportliche Wettkämpfe die Voraussetzungen dafür unterteilen und die körperliche Voraussetzungen unterteilen. Und die ist halt nicht vom Geschlecht abhängig. Oh, Bruder, wacht doch mal in der Realität auf. Männer sind stärker als Frauen. In der Regel. Das ist einfach so. Das ist biologisch, anatomisch. Ist das einfach so. Eine Transfrau, egal. Wir respektieren sie zu 100%. Aber eine Transfrau, die mal eine Frau war und jetzt ein Mann ist, hat nichts in einem Frauenwettbewerb noch zu suchen. Äh, nee, wie war das jetzt nochmal? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwehrt. Sorry. Ach, digga, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich mich umgekehrt. Ja, sorry, jetzt habe ich mich vertan. Andersherum, ja. Genau, so. Ein ehemaliger Mann, der jetzt eine Frau ist, hat nichts in einer, in einem Frauenwettbewerb zu suchen. Egal, ob im Boxen, ob im Sport. Das hat auch nichts mit Diskriminierung zu tun. Das hat einfach was mit der biologischen Anatomie zu tun. Ein Mann ist in der Regel immer kräftiger als eine Frau. Und das ist nicht diskriminierend gemeint. Das ist einfach biologisch. Ist das in den meisten Fällen einfach so? Da können wir auch nichts dran ändern. Das ist halt einfach so. Und es ist einfach fucking unfair, wenn man einen ehemaligen Mann, der jetzt eine Frau ist, in einem Frauenwettbewerb mitkämpfen lässt oder mitboxen lässt oder mit Sport lernen lässt. Diese Person wird immer gewinnen. Das ist Schiebung. Das hat nichts mit Fairness zu tun. Das ist einfach so. Und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das ist einfach, jeder, der ein bisschen logischen Menschenverstand im Kopf hat, wird das realisieren. Ihr müsst euch doch einfach mal vorstellen. Nehmen wir jetzt einfach mal, wie fucking frustrierend muss es sein, als biologische Frau in einem Wettbewerb, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Weitsprung oder Hochsprung oder ähnliches. Wie fucking unfair muss es für eine Frau, eine biologische Frau sein, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet hat, um in dieser Disziplin die Beste zu sein, wenn eine Transfrau, die natürlich eine Frau ist, aber in einem immer noch Körper eines Mannes, egal ob sie umoperiert ist oder nicht, trotzdem hat sie ja die Anatomie erstmal grundlegend eines Mannes, wie fucking frustrierend muss es sein, in einem Wettbewerb dann gegen eine Transfrau zu verlieren. Das hat auch nichts mit Diskriminierung zu tun. Das ist einfach nur fucking unfair. Echt schwierig. Ich finde es eigentlich ehrlicherweise überhaupt gar nicht schwierig, Digger. Also ich finde es schwierig, wenn man das wirklich verlangen würde. Und ich und meine Community, und das wisst ihr ganz genau, wir stehen alle für Gleichberechtigung. Wir stehen alle für, äh, 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 wie sagt man, für Respekt, für, wir respektieren jeden Menschen, egal was er ist, egal wie er ist. Ein Mensch ist ein Mensch. Wir sind hier die liebste und zudertraulichste und offenste Community, die es gibt. Hier gibt es keine Diskriminierung. Das hat überhaupt nichts mit Diskriminierung zu tun, was ich gerade gesagt habe. Das ist einfach die Realität. Wenn man mit beiden Augen gesund im Leben durch die Gegend läuft, ist das die fucking Realität. Und das, was er redet, ist so weit weg von der Realität. Ich bin Autist, zum Teil russ und übergewichtig. Äh, ah, okay. Ja, danke dir, Digger, für den Beitrag. Das, ich weiß jetzt nicht, wie du das, also nicht böse gemeint war, natürlich nur ein Späßchen, Digger. Ist natürlich, ja, was soll ich da, hat niemand eigentlich nachgefragt, Digger. Sorry. Auch unter Männern und Frauen, Cis-Männern und Cis-Frauen, sind körperliche Unterschiede halt extrem. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen. Ja, klar. Also, wenn es sowieso schon genetische Unterschiede gibt, dann lass uns die Unterschiede doch noch größer machen. Laurel Hubbard zum Beispiel hat letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in der Kategorie Gewichtheben mitgemacht. Mit 45 Jahren. Welcher Olympia-Teilnehmer bei so einer Sportart macht er mit 45 Jahren noch mit? Toto, danke dir für die gegifteten Subs. Sehr korrekt, dankeschön. Keiner, ihre Gegner waren irgendwie, glaube ich, maximal Anfang 30, weil der Körper irgendwann abbaut. Ist schon ziemlich komisch, dass irgendeine Transathletin dann aber plötzlich mit 45 Jahren da noch mitmachen kann. Und ja, sie ist ausgeschieden, weil sie drei Fehlversuche hatte, aber trotzdem ist sie einfach noch gut genug mit 45 Jahren, um bei Olympia mitzumachen. Anonym donatet 6 Euro, die Gesellschaft geht den Bach runter, jeder denkt alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, wir brauchen mal wieder eine Krise, zum Beispiel Krieg. Okay. Damit die Menschen sich mal raffen und nicht so eine verfickte Scheiße labern. Also der Einzige, der hier gerade verfickte Scheiße labert, muss ich ehrlicherweise sagen, bist du. Also ich weiß nicht, in welcher Welt du denkst, dass ein Krieg Probleme löst oder ähnliches. Genaues Gegenteil ist der Fall. Also bin für vieles, aber bestimmt nicht für Krieg. Also das ist so fucking Quatsch, was du da erzählst. Die Gesellschaft geht den Bach runter, da bin ich ganz bei dir. Aber Bro, überdenk mal bitte deine Meinung. Also ein Krieg braucht niemand. Krieg heißt immer unschuldige Tote, Krieg heißt immer Blutgeld, Krieg heißt immer Not, Elend, Leid und ich glaube, das brauchen wir alle nicht. Davon haben wir schon genug. Auch Lear Thomas, die beim Schwimmen momentan jede biologische Frau bis zum Gehtnichtmehr abzieht. Und jetzt guckt euch dieses Foto an. Ihr könnt mir wirklich sagen... Ja, und das ist halt das, was ich sage. Ich habe nichts gegen diese Person. Wer der Meinung ist, dass das legitimiert ist und fair für den Sport, der sollte wirklich bitte nochmal seine Meinung überdenken. Denn wir haben nichts gegen diese Transfrau. Wir haben überhaupt nichts gegen diese Transfrau. Fakt ist einfach, auch wenn sie jetzt eine Frau ist, dass sie in dem Körper eines Mannes geboren worden ist und die Anatomie hat. Und selbst mit Hormonen und ähnliches ist sie den biologischen Frauen in dem Sport einfach überlegen. Und es hat nichts mit Fairness, sportlichem... Das hat... Es ist so weit weg davon. Und das guckt mich wirklich ab, dass das sogar so hingenommen wird. Das hat überhaupt nichts mit Fairness zu tun oder Sportsgeist. Aber ich weiß nicht, was die Lösung dafür wäre, aber die einzige Lösung, die ich dafür gerade sehe, ist, jetzt mal hier, Präsident Monte mit der schnellen Lösung für Weltfrieden, buff, beschlossene Sache. Es müsste eine Sportkategorie geben, beispielsweise im Schwimmen, mit Transfrauen und Transmännern. Eine eigene Kategorie, eine eigene Liga. Das ist sportlicher Ehrgeiz. Das ist gut. Das ist scheiße. Und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Und wer mir das unterstellt, soll mit dem Privatjet direkt zum Arsch der Heide fliegen und mich da dann auch mal am Arsch lecken. Sagen, was ihr wollt. Aber zeigt mir biologische Frauen, die so aussehen. Und wenn der Unterschied doch gar nicht so groß ist, dann erklär mir mal bitte, warum Lear Thomas von 0 auf 100 geht. Die gewinnt alles, bricht jegliche Rekorde. Biologische Frauen haben gar keine Chance gegen sie. Ja man, das ist super fair, oder? Das Ganze sagen übrigens auch Wissenschaftler. Aber gut, das ist jetzt auch nur eine Medizinphysikerin. Also die hat natürlich sowieso keinen Plan. Ich mache halt generell gerne Videos über solche Themen. Was soll... Es geht einfach darum, dass du das mit Menschen machen möchtest, die auf diesen Streit keinen Bock haben. Die auf dieses hin und her Meinungsblogging Ding einfach keinen verdammten Bock haben, Digga. Wir haben auch keinen Bock auf dich und gucken uns trotzdem dein Content an. Wir leben in einer freien Demokratie, wo jeder das sagen darf, was er möchte. Und ob du dir das am Ende des Tages anguckst oder nicht, ist nicht mein fucking Problem. Ich darf meine Meinung sagen und wenn du damit ein Problem hast und du dir das nicht angucken willst, dann guckst du dir halt verf***t noch mal nicht an. Wo ist denn deine Gleichberechtigung? Salatkopf mit der Edeka-Mütze auf den Dötz. Zieht es da irgendwie bei dir unter der Mütze oder was? Das ist das Problem. Hm, also von meinen letzten 10 Videos gegen die Vogue Bubble sind 8 gekommen, weil ich vorher gefrontet worden bin. Also das klingt jetzt ja nicht so, als ob die Leute da keinen Bock drauf haben, wenn die auf mich losgehen und nicht... Also neuerdings würde ich eher sagen, vom Salat schrumpft nicht der Bizeps, sondern vom Salat schrumpft alles. ...anders rum. Jeder, der seine Meinung äußert, muss damit klarkommen, kritisiert zu werden. Ganz einfach. Und wenn du keinen Bock hast, kritisiert zu werden, dann hast du dein Maul zu halten. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich denke mir, Real Talk nach jeder... Also er geht halt davon aus, Salatkopf geht davon aus, er sagt etwas und wir nehmen es einfach so hin. Das sagt er so. Alles, was er sagt, ist richtig und wenn wir da... Also das ist... Ihr müsst euch mal vorstellen, der Satz für Gleichberechtigung, Gendern, bla, hier, Transfrauen, Transmänner setzen sich alles ein, ist ja alles schön und gut. Aber wenn wir dann mal unsere eigene Meinung sagen, dann ist es nicht... Dann geht das nicht, weil sein Wort ist gesetzt. Ah, danke dir, Digi. Sehr korrekt, Alter. Video zu der Vogue Bubble ist so, okay, das war's, die können ihre Aussagen nicht nochmal toppen. Aber sie machen es immer wieder und ich sag euch auch warum. Das ist jetzt ein High-IQ-Move, meine Freunde. Ich mache ein Video zu irgendwelchen dummen Takes. Irgendein Kollege von dem YouTuber, den ich da fronte, will das Ganze verteidigen und muss dafür dann noch dümmere Aussagen bringen, weil die Aussage an sich ja schon Müll gewesen ist. Und dadurch toppen die sich immer gegenseitig. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es irgendeine Reaction auf dieses Video hier geben wird, wo ich wieder ein Video zu mache, weil die Aussagen noch loster sind. Also freut euch. Ja, ich freu mich auch drauf, Digga. Vielleicht hab ich auch schon überlegt, Alter, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den Reactions. Vielleicht hole ich mir auch noch mal eine S-Klasse, weil aktuell bei dem Content kann ich mir auch zwei Raten im Monat für ein AMG leisten. So ein Ding ist das nämlich, ne?